Wann haben wir denn verschiedene Missionen jetzt? Sehenswürdigkeiten-Tour. 4 Stunden! Ja, die ist geil. Fraktionsmissionen, ne? Nee. Oder doch. Ja, Fraktionsmissionen. Ich wollte schon sagen. Lass mal erst die Mission in der Stadt machen, oder? In der Stadt? Wo ist denn die Mission in der Stadt? Ach, da. Können wir tun. Wo sind die anderen? Die sind alle leicht. Wir haben ja auch alle schon das 40er Pack für unser Auto. Stimmt. Alita spricht. Das ist dein erstes Treffen mit den Jungs hier. Also schick der Eindruck. Ich schick dir jetzt mal runter. Uh, Häuser. Alles klar. Wir sollen die beeindrucken. Ich bin nun der Crewleiter. Ja. Warum ich nie? Weiß ich nicht. Du warst in meiner Freundesliste weiter hinten. Nur weil du die anders sortiert hast. Ja, nach Namen halt, ne? A und Y ist halt ein bisschen auseinander. Stimmt wohl. Oh, schon wieder 8 Uhr, ey. Prächtig. Super richtig. Die Performance-Car benötigt. Leicht. Leicht aber bringt plus 15 auf. Also. Hm. Die hiesigen Five-Tens treffen jede Minute ein. Wir brauchen sie damit der Plan von Kekse. Bestimmt. Miu. Ne. Bin nur Halbzeitrennfahrer. Ja. Taki, was ein Vordrauf hat Alex. Viel. Nicht nach links, Janosch. Na, hat er nicht vor. Ich weiß. Aber wenn Gegenverkehr kommt, muss ich ausweichen. Oh, vielleicht sind die Vegas Jungs noch etwas zu heiß für dich. Was? Bin doch mal Ersten. Überhaupt nicht. Ja, von den Computern. Bella hat mich überholt. Ein Pseudovampir. Nein, du hast einen direkt am Arsch. Ich hab zwei, oder? Nee doch, nee. Nur einen. Ja, der andere ist ein bisschen weiter weg. Auch wenn er das Ding fallen lassen würde, ne? Das wäre so witzig. Nein. Oh, Mann. Ich war so schnell. Oh, fuck. Oh, das war Glück. Mit Topspeed kriege ich euch alle. Mit so wäre ich an euch vorbeigezogen, wenn ich nicht mit dem Sprung im Sand gelandet wäre, ey. Oh, fuck Sand, Sand, Sand. Nicht auf den Sand fahren. Hatte ich nicht vor, aber shit. Leitplanke. Ja, genau. Jetzt muss ich mich zurücksetzen. Anders geht es nicht. Vorsicht, Janosch. Nein. Das war Gegenverkehr. Da konnte ich nichts für. Den habe ich nicht gesehen. Ich bin schon extra an die Seite gefahren, weil ich gerade zurück ins Wurde. Ich habe es gesehen. Aber ich habe den Pickup nicht gesehen. Der ist bei mir in der Sonne. Auf einmal war der vor mir. Achso. Alles ist blöd. Oh, dieser Wichser hat mir so ein Auto davor geschoben. Oh, nein. Oh, nein. Kann jetzt nicht. Oh, ich komme nicht wieder auf die Str... Oh, Kai. Oh, nein. Nein. Tief den mit den davor, ey. Oh, wir müssen das Rennen auch noch gewinnen. Es sind noch zwei Checkpoints, ne? Ja. Ja, nach diesem hier nur noch einer. Ja. Ja. Ja, nur... Ach, ne, du. Du bist vorne. Nein. Oh, ja. Ich war zehn Meter hinter dem. Das war jetzt nicht so gut. Ja, ja. Wissen wir ja. Kennen wir ja. Ne? Zeig Ihnen, was ein Beef vordrauf hat, Alex. Oh. 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 Oh, der wie da... Boah. Auf top speed ziehe ich die alle, ey. Aber... Boah. Wo überschießt der von mir her? Oh, Bus. Warst du aber gut gekriegt noch. Aber das läuft doch bis jetzt schon mal besser. Jetzt muss ich auch noch nach außen wechseln, weil ich zu schnell bin, weil ich so an dir vorbeifahre jetzt. Ja, Windschatten. Ohne Nitro. Ja, Windschatten. Wenn ich hinter dir reinziehe, dann bin ich irgendwann auch schneller als du. Oh. Oh. Oh, Janosch. Oh. Spring doch nicht auf mich drauf. Hehehe. Der wollte doch nur kuscheln. Auf einmal landet der auf mir. Oh. 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 Wo kommen die denn auf einmal her? und die sind auch mal richtig schnell also ich bin auch wirst du mich auf einmal so weit oh nein januar schieb ich die karre davor ja das gibt es nicht das wäre noch mal knapp am ende ich bin rausgeflogen jetzt geht das wieder los zum teufel springst du auf mich drauf ja nur ist auf meiner motorhaube gelandet vor mir in der zeit fahr ich dann die mission noch mal neu und jemand noch mal mitfahren deswegen drei zwei eins noch mal ein cut ich freue mich auf schneiden das weg ist speed skill den manchmal eben schnell bis jetzt sind wir schon wieder in auf richtig deswegen sagte ich 321 ja das ist so ein zeichen dafür ja das ist nicht nur ein zeichen für mich wo ich dann nachher schneiden muss sondern der sprung recht nie dass auch alle wissen es fängt an es beginnt da war knapp plus 14 nehmen wir noch mit deswegen habe ich mir jetzt gesagt komm dann machst du jetzt eben alleine weil gold bringt mir nämlich auch plus 13 ach ihr macht die mission noch mal weiter ja ich musste ja noch mal machen weil ich bin ja wieder mal wieder rausgeflogen und ich mache sie nur noch mal weil ich eigentlich zusammen machen wollte aber das dann nicht funktioniert hat ne jetzt bin ich nicht mehr was war wieder so ein spiel auch gott so ein spiel aha ich weiß genau was du meinst ja ne ist klar mein auto meinte dass es an der leitplanke festkleben muss ach so ja gut hört sich auf jeden fall realistisch an und richtig ja als nächstes war richtig war richtig geil die mission neuwertig ja jetzt hat der erste unfall gebaut da 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 mit racing mit racing mit rallye ja rallye race haben wir noch gar nicht ja entschuldigung bitte komm mach hinne ja ich bin dabei ich bei mich ich bin fast im ziel ja auch ich fahr jetzt gerade den ich bin jetzt auf dem damm ich jetzt und habe gold und ich habe erstmal stufe 41 was nur silber und ich habe gold warum habe ich jetzt nur silber weil du nicht lange scheiße wahrscheinlich nicht ja 79 prozent an der spitze das gibt 1.000 du musst wahrscheinlich über 75 haben wahrscheinlich so so ähm da oben startet die wer ist denn daria die mission ist da unten richtig ja daria ist wahrscheinlich die schwester von roxanne die befinden soll ah ja das könnte natürlich sein können wir dann ja ich fahr schon ok hä wo bist du bin vor euch seh dich auch nicht ja ihr seid unsichtbar bei mir gewesen ich seh nur eure namen bis jetzt ich seh den namen auch nicht ich seh janosch seh ich ah jetzt seh ich keinen namen uh ah das schöne auto hoppla 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 da hat wer was gesagt der media encoder hat mir grad gesagt er ist fertig fertig oder nicht ja mit dem video ach so da sagte wir jedes mal wenn er mit einem video verlässt wenn er mit der liste fertig ist aber ich habe nur einen dran getan also schon weil ich erstmal nur testen wollte wie gut das funktioniert während der aufnahme ja 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 mist hat ihr die auch gerade ich war die gerade ja die ideallinie oder was meinst du ja damit das schaffe ich glaube ich nicht mehr wollte yeah nice silber habe ich noch war silber ja hier habe ich auch wir sind nichts angezeigt cool ist sie sind nicht mehr erreichbar jo nice hat sich gelohnt ja ja direkt nochmal war ja hier ist der crew beigetreten und vom kampf spargel sehe ich nur einen sich bewegenden namen ja von dir sehe ich das auch der kommt immer näher 100 meter noch ich sage ja top speed ziehe ich euch jetzt habe ich mich gerade in der wüste verabschiedet jetzt bist du bei mir auch weg also komplett mit namen und allem ja du bei mir auch oh ich verabschiede mich gerade in den canyon oh nein hast du den präzision test gemacht ich habe ihn abgebrochen ich habe mich aber hier gerade den canyon verabschiedet oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott ich auch wow 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 hu 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 exakt an der gleichen stelle wie du ja neben der brücke dran vorbeigeflogen ne ja genau rechts vorbei ja nicht mal bronze ein kojote ein kojote da vorne kommt noch ein escapes da spielt es bei mir abgeschissen nice richtig cool ich finde ich finde das immer so richtig geil wenn das spiel abscheißt ja